Ich habe Hunger. Ist hier noch was drin? Hier ist noch ein bisschen was drin. Okay, da ist noch was drin für dich, falls du noch brauchst. Immer, immer was da, oder? Ja. Ja. Vielleicht haben wir ja Glück und es regnet bald mal wieder. Warte mal, kann ich nur... Ich kann auch noch so ein Regen-Dings bauen. In der Spitze. Ich bin schon mal draußen und fang schon mal an hier weiter zu machen, ne? Ja. Ich glaube, das wird dann um einiges cooler, wenn wir hier einfach wirklich dann sagen können, hier scheiß drauf, wir haben dieses riesen Gebiet. Dann kriegen wir es in unserer kleinen Hütte gar nicht mit, wenn die da vorn rumrammeln. Ja. Und vor allen Dingen, haben die Bäume schon wieder gewachsen. Ja, wir seien heute die Lüste, dick ein Holzpicker, Leute. Na. Ich füge dabei schon immer einen, ne? Ja, mach das. Hat jeder seine Aufgabe hier. Ja. Oh, Schönen Meter bist du hoch. Ach, doch nicht der Ernst, ey. Was sind denn das für nervige Menschen? Und... Oh, Alter, was? Hast du das gehört? Ja. Okay. Tschüss. Das war sehr groß, oder? Das war groß. Das war groß. Ihhh, ich hänge mit dem Sachsen im Hintern. Ihhh. Du wolltest wieder eine Teller haben, ja? Guck mal, wie schön diese Stufe da drüben ist. Das ließ dich nicht vermeiden. Ach, da ist ein Punkt. Ja. Oh, Regen. Sehr schön. Sag mal, ist unser Dorf? Nee. Ich hab's nicht aufgelassen. Ich hab's Corona-Stoff gemacht. Ich auch nicht. Oh, das ist mit Feuer. Scheiß auf jeden Fall. Und treff ich nicht. Ich hab Angst. Ich treff nicht. Nee, verschwendete Falter jetzt nicht. Ja. Hm. Hm. Sechs Stück sind's. Hm. Zwei mit Feuer, ne? Ja. Nee, eh nur noch. Nee, eh nur noch. Ja, die kommen aber halt nicht ran, ne? Doch, jetzt. Ein bisschen. Ja. Nee, eh nur noch. Das coole ist, ich würde auch die Zwischenmauer hier dann lassen. Nee, das ist viel mehr. Hier von ist alleine fünf Pläne. Ja. Und hinten sind nochmal fünf. Wo sind die hin? In Biber. Hm. Oh, warum kommen denn die immer, ey? Ganz ehrlich, ich könnte die nicht nachts kommen. Siehst du sie noch? Hier drüben nicht mehr. Hm. Seid ihr drüben noch da? Ja, ja, die chillen da hinten. Ja, weil wir mal hinten gehen chillen. Warte, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Oh, Vogel. Vogel. Machst du den Trepp? Nein, mach nicht. Du schießt mir ins Gesicht, Alter. Ja, ich glaube das war's, oder? Ich schaff's. Alter, ist der Regen laut, ey. Lass uns das Tor zulassen, ja? Ja. Ich würde halt wirklich die Zwischenwand auf jeden Fall lassen dann, wenn wir, selbst wenn wir die Mauer dann fertig haben. Weil das cool ist, dann haben wir einfach doppelte Verteidigung. Ja. Oh, und wir können hier schön Wege bauen und so. Haben die denn... Miksa, komm mal bitte her. Ja. Ja. Haben die denn ernsthaft ne Kamera eins gemacht? Warum? Ne, hier. Hä? Guck mal, bei der Figur aufm Kopf. Hä? Welche Figur? Hier. Die vor mir. Hier ist ein Baum. Na, hier ist ein Totem. Bei mir nicht. Bei mir ist kein. Das gibt's nur bei mir auf dem Channel. Ja. Mach's kaputt. Hab ich. Die hatten dann hier ne Kamera eins mal gestoppt. Ich würde fast sagen, dass wir den eh den großen Film hier lassen. Selten. Am Rand hier. Ja, ja. Dass wir hier aus und an Erhöhung machen können. Okay. Wurde ich sagen. Da jetzt hier drinnen ist ein Zaun drinnen. Ach der. Ja. Also dass wir da wirklich so einen Punkt haben um eine Hochkletzung. Ja. Da kann man aber dann einen Weg zu machen. Also eine... Du weißt schon. Haben wir jetzt hier noch vorne? Ja, vor mir. Ne, ich meine so Stämme. Ja, vor mir. Oh, komm schon. Ernsthaft jetzt. Oh, hier soll wieder einer. Wo sind wir jetzt hin? Bei mir soll zwei ja. Oh, ich hör doch schon wieder. Mein Gott, da drüben. Ja, die kommen schon wieder in Massen. Da bin ich froh, wenn wir diese Mauer fertig haben. Und die sie alle mal hardcore ins Knie ficken können. Ehrlich. Ja, da schreit sie wieder die Eule. Ja. Also irgendein Vieh übersteuert bei mir einfach. Ja, bei mir. Oh, ich hab mir das auch gerade so getan. So Pippi. Komm her, Schnuppi. Oh, daneben. Wo ist sie denn jetzt hin? Hä? Wo machen sie denn jetzt hier randale? Ich sehe sie vorne. Ich bin hier vorne. Danke, wo bist denn du? Ich bin hier auf dem. Nein. Da müssen aber bald hier auf dem sein. Ich sehe sie aber nicht. Ich sehe ja nur die Pippi. Na klar, die sind alle hier unten. Oh, ich treff's. Ich hab sie hier aber. Das ist mir. Ich bin hier noch eine Pippi. Die machen unsere neue Mauer, wollen die kaputt machen. Die spinnen ja wohl. Ich hab's noch. Ach, hier unten. Die Feuer. Headshot. Hast du gesehen? Headshot. Ja. Trennung, gleich weg. Wenn ich ansonsten nicht treffe. Manchmal treffe ich. Und wenn, dann richtig. So, wo ist jetzt der Letzte hier, der hier noch Terror macht? Siehst du den? Nee. Hä, wo ist denn der? Oh, wo drüben ist Ruhe. Oh, wo ist niemand. Ich glaub, die mögen unsere neue Mauer nicht. Kann das sein? Oh, Pippi. Nix wegrenn. Nix wegrenn. Nix wegrenn. Hast du, du guckst ja. Ich hab's gleich hier angeblüßt. Ach, da ist er. Nix hinter der Mauer verstecken. Das ist doch gemein. Das ist unsere Mauer. Ich glaub, die haben ernsthaftes Problem mit der neuen Mauer. Ja. Ja. Das ist Mexikaner. Ihr müsst... Ach, da drüben ist auch noch einer. Ihr müsst ihr doch nicht bezahlen. Das machen wir doch. Da alles gut. Ja, kommen wir zaubern wieder. Drei. Oh, ich glaub, die rennen noch vorbei. Kenn das? Pippi rennt auch weg. Wo ist denn der Typ, der hier noch kein Raum macht? Ich hab keine Ahnung. Der glitscht da hinten hinter der Mauer rum. Hm. Ach so, ja. Wo ist das? Ach, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt gibt's doch zu. Ja, ja. Nicht ab hier der Pfeil nur. Ach. Ja, das ist ja wohl. Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja wohl. Ich hab keine Pfeil wieder. Wie, du hast keine Pfeil mit dem Mauer. hast du meinen stock steht ich habe auch noch 13 stück habe ich ja stecke habe ich warte und haben wir uns das ganze lager ja ich mache mir akkater der typ nervt so hart ich sehe ihn noch nicht mehr der ist hinter der mauer der arsch hat er da ja ist das aber nur noch der eine anscheinend da geh ich jetzt raus ah ne dort hinten kommt oh welcher 2, 3 oh was ist denn los mit dem 4, 5, 6, 7 die versteckung sind alle hinter der mauer doch gemein so noch ein toter ah hau es ab oh hast du gesehen wie oben die springen kamen total fasziniert der typ hinter der mauer nervt mich richtig richtig ich hab vor ein wenig ja weil man kommt nicht ran ach da drüben kommen schon wieder welche ey das geht doch gar nicht wir sind den ganzen tag damit beschäftigt die typen hier abzuwehren ne das macht weil hier fährt doch dann alles zurück ja das bringt euch gar nicht die mauer dort weil da ist dann hier trotzdem noch eine andere mauer ich verstehe nicht was denn ihr problem ist und wir haben keine feldern mehr ja ich hab auch keine mehr glaube ich ich spare mal noch ein vogelhaus mach mal zum glück haben wir ja ein bisschen was hier drin ich esse jetzt einen armen zur strafe ja was brauchst du denn für das vorgeheißen baumstab ne ich hab dadurch passiert Deko ich wollte gucken und dann habe ich halt keine mehr so ihr lullis seid doch weil ich weiß wie viele knochen da draußen rumliegen das ist da ist noch fleisch dran aber prinzipiell du draußen ich bin hier ich stehe wieder oben der typ der haben wir da immer noch an unserer mauerung sehen aber leider nicht an leider nicht abschießen ist das jetzt nur der eine unschlüssig ob das nur der eine ich würde prinzipiell schon gerne die sachen einsammeln gehen ich guck gerade was ich mir für nichts er böse ist wenn ich das ding jetzt mal brauche ich guck mal hier ums eck wo ist er denn jetzt hier ist er ach na hier bist du ich mache jetzt kalt ja renn weg genau wenn ich für mich da kommt sollst du besser wegrennen schnell 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 da habe ich alles schon mal schneller gesehen ich habe dir ja gesagt ich will die knochenrüstung einfach nur so ich hole die mal der reihe nach rein jetzt mal in die gute stube so ich sehe es nicht schade irgendwas hat mich gerade hat mir wehgetan ich weiß aber nicht was ich wusste nicht hast du mich auch jetzt auf mich geschossen verzehnt sich nein nein wirklich nicht auf nächster komm mal her warte ich komm doch schon ich hab ja ich hab in den besuch mit mann wo ist er denn hin ich hab meinen typ was ist denn das ein katapult ja kletter mal hoch also hast du mich jetzt doch abgeschossen nein habe ich nicht bin oben ich würde trotzdem gerne die tübsies erstmal rein mach das da sind noch zwei kannst du ja mal mitkommen schluck gerade wegen väter ich brauche väter ehrlich man kommt so nicht wenn man so unangekündigten besuch hat das ist voll ätzend hier liegen hier liegt noch einer und ich glaube das war es dann machst du die pfeile vorne weg raus ja ja wo ist denn der andere typ sie den habe ich verloren den habe ich bestimmt auch aus gesehen runter geworfen jetzt wird es schon wieder dunkel ich kann nicht mehr pfeile tragen ich kann nicht mehr pfeile Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, ich bin nicht gut. Ein paar am Feld. Oh, ich habe einen Schädel in der Hand. Jetzt wird es noch zu dunkel. Das ist scheiße, ne? Sagst du, hast du noch Knochen? Ein paar. Mir fehlen nur noch zwei, dann hätte ich es einmal komplett voll. Ein Dreierabschlag. Okay. Ich will es nur einmal, das ist irgendwie so ein Ziel, weißt du? Mal gucken, ob das reicht. Ja, noch eh noch. Warte. Ah, ja, reicht nicht. Na? Ich würde es gerne nehmen. Habe ich jetzt einen Knochen in der Hand? Ja. Ganz schön doof. Oh nein, es fehlt noch... Oh, noch sechs Knochen fehlen, ganz exakt. Scheiße. Ich habe bloß noch einen. Mist. Oh, guck mal, wie cool der Mond aussieht. Ja. Können wir schlafen gehen? Ich wollte erstmal was trinken. Na ja, wenn du schlafen gehst, brauchst du vorher nicht zu trinken, weil du sonst am nächsten Morgen eh wieder Durst hast. Ja, aber trotzdem, dann ist Papschaket gesündig mehr. Achso. Schlafen geht eh noch nicht. Nee. Aber wir sind ganz gut jetzt mit trinken hier dabei. Ja. Jetzt haben wir vier Vorbreitsbehälter. Ja. Alle vierer voll. Ja. Und die Heidelbeeren haben wir ja zur Not auch noch. Ja. Ah, die Typen nerven so hardcore, ey. Wir hätten so viel schaffen können. Aber eh nennst du das Problem haben wir. Warten. Wir haben keine Samen mehr. Na ja, warte. Guck mal. Wo sind denn die Samen sonst? Unten. Unten? Das Neidelbeer-Samen, dann nimmst du den Samen. Nee, hab ich auch keine mehr. You're sexy mother fucker. Ich baue jetzt aber nur noch einen Vögel heraus. Weil Pfeile gehen ganz schön zur Näge. Ich hab 30 Stück. Ich 4. Ach so. Äh, brauchst du Federn? Ich hab 14 Stück. Warte. 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 Ich geb's dir mal alle. Hast du alle gekriegt? Ja. Gut. Weil ich hab ja 30 Pfeile. Ich brauch jetzt so schnell erstmal keine mehr. Ich ess jetzt hier noch den Arm. Oder können wir schon schlafen? Ja, ich ess den Arm schon. So, jetzt haben wir 3, 6 Vögelhäuser. Weißt du noch am Anfang, wie du über mich gelacht hast, weil ich Vögelhäuser bauen wollte? Nee. Hm. Vögelhäuser, wer braucht nun Schalz? Ich brauch keine. So, speichern. Ach so, ja. Und schlafen. So, hoffentlich haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hab Hunger und ich hab Durst. Äh, was ess ich denn heute? Was ist denn das? Hase. Oh, das war schon schlecht. Na ja, egal. Hä? Warum ist mein Hunger nicht vollgegangen? Weil das gröss ein kleines Neck war. Ach so. Jetzt ist voll. Wir müssten, ähm, einmal wieder jagen theoretisch, ne? Ja. Ist nicht mehr viel da. Ja. Oder Fische fangen oder so. Aber ich will jetzt erstmal das Ding hier weitermaufen. Außerdem bist du der Jäger, ich bin der Gejagte. Hahaha. Also soll ich jagen gehen und du das bauen? Ja, die kommen ja eh hier gleich wieder angekackt, dass man ja nichts machen kann. Ja na, da geh ich jagen. Was hast du denn Appetit? Ach, mir egal. Okay. Hier liegen gar keine Bäume mehr. Juli ist ein Haufen. Wehe, die kommen jetzt und machen mir meine Rüstung kaputt. Ich brauch nur noch einmal und dann ist voll. Dann bin ich nicht so weit laufen, das ist das Problem. Okay. Ich bin... Ich fühle mich... Äh, den nervt nicht so haupt. Okay. Okay. Drei Fisch hab ich schon mal. Gut, hätte man die Typen halt gegessen, oder bis man sie zerhackt, hätte man genug zu essen. Aber du magst es ja nicht so. Nö. So, Kornickel hab ich. Gut. Denk da nur dran, die Art gleich aufzuhängen, dass es nicht schlecht wird bei dir in der Tasche. Ich suche aber eigentlich ein Reh. Ein Reh wär gut, tatsächlich. Dann könntest du mir eine Wasserplatte haben. Mhm. Seht ihr, so funktioniert hier wirklich Arbeitsteilung, ne? Der eine, der jagt, der andere baut. Und das könnt ihr euch aussuchen, auf welchen Kanal ihr gucken wollt. Ob ihr lieber bauen oder lieber jagen seht. Ihr könnt euch das eine gucken, dann das andere. Das könnt ihr auch machen, ne? Das ist auch eine schöne Idee. Nee, das Däumchen ist ein Träumchen. Genau, Support ist kein Mord. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, mir macht Forest mit, ähm, als Projekt so am meisten Spaß tatsächlich. Ja, das ist irgendwie ein geiles Spiel dafür. Ja. Weil man halt, also, also, ich mag dieses, diese Mischung, aus dem, mal bisschen was bauen, und, theoretisch könnte man ja auch noch eine Story machen. Also rein theoretisch könnte man ja wirklich der Story erfolgen und den Timmy da suchen. Ich mag diese Art von Spielsetzen. Ich glaub du kriegst grad Besuch. Oh nein. Es sind gerade fünf Leute in deine Richtung geraten. Ah, ich bin mal weg. Wow. Yes? Wow. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020